I have a new book. It's a journal. It's a journal. It's a becoming journal. Welche lieblichen Klänge sind denn das? Mit Klavierbegleitung und Gesang begrüßt uns Ellen DeGeneres im neuen Posting von Michelle Obama. Kurz darauf kommt auch die frühere First Lady ins Bild und steigt in den Gesang ein. Oft nimmt uns die 55-Jährige auf ihrem Instagram-Profil mit zu verschiedensten Veranstaltungen, doch selten sind die Aufnahmen dort so privat und locker wie in diesem Video mit ihrer Freundin und Moderatorin Ellen. In dem improvisierten Song der beiden geht es um das neue Buch der Frau von Barack Obama, mit dem man den Weg zu sich selbst finden soll. Das thematisiert sie auch in dem Video, denn sie singt, das Ziel des Journals ist deine eigene Geschichte niederzuschreiben. Die Fans freuen sich sehr über den Post und schreiben, ihr seid so lustig, wenn ihr zwei zusammen seid und das ist so süß, eure Freundschaft ist so goldig. Doch auch zur Musik finden die Kommentare passende Worte. Ihr zwei solltet wirklich einen Song zusammenschreiben und ich brauche das so schnell wie möglich auf Spotify, fordern sie. Eine wirklich herzliche Weise, sein neues Buch zu bewerben. People have a new book. Your thoughts, your ideas, your impressions, because everything is a story that matters, even more is out in your mind. What is your story? What is my story? What is my story? ... ... .. who are you? Vielen Dank.